Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamathais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Wir können ihnen nicht trauen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun sie da? Nein! Ich lehre das! Nein! Nein! Bitte! Power up! Ja, okay, die Szene haben wir ja schon mal gesehen. Ja, äh... Hallo und herzlich willkommen zurück. Zu... Let's survive to Raider. Sorry, dass ich gestern keine Folge rausgehauen habe. Ich har... Nee, falsch. Immer noch auf dem falschen Plan. Nein, heute kommt noch die Folge raus. Zwar noch... Kurz und... Ja, wir müssen jetzt nochmal ein bisschen vorspielen... Äh, zurückspielen, weil er den... ...nummern richtig hinsetzen, den einen Punkt nicht gespeichert hat. Äh, wie ging die Schallsteuerung nochmal? E, F... Keine Ahnung. Krass, oh shit. Ja, das kennen wir doch schon. Gut. Au. So, Deckung. Ja. Mh... Ist ja ein bisschen eng geworden heute mit der Aufnahme, weil... Ja. Ich nämlich noch Fahrstunde hatte und... Naja, mh... Ist nicht so gelaufen, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Ja, 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 ja. So, jetzt da rein. Und ab da wissen wir ja, hat zwar es nicht so gut. Ja, denkst du, sprichst du dich, kugel? Ja. Verdammt, zu spät. Ja, das kennen wir ja schon. Ich bin einfach aus der Übung. Ich habe wieder eine ganze Woche nicht gespielt. Ich verwechsel das immer. F oder Nett? Ich habe wieder eine ganze Woche nicht gespielt. Was? Wie schnell ging das denn bitte? Mann, das ist doch scheiße. Steuung ist echt irgendwie... Ich weiß nicht. Gewöhnungsbedürftig. So, jetzt aber. Kann sein, dass ihr jetzt meine Tastatur hört. Dass ihr nichts spürt dabei. Jetzt aber, komm, komm. Zack. Na also. Mann. Ich muss euch ein bisschen beeilen, dass die vollen Leute noch rauskommt. Tut mir leid, dass die wirklich so spät ist. Die sollte eigentlich schon vor drei Stunden raus sein. Aber ich habe es einfach nicht zeitlich geschafft. Tut mir echt leid. Ich habe es einfach nicht. 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 So, ein bisschen, da laufen wir noch ein bisschen weiter. Hier waren wir, ja, hier waren wir schon. Das weiß ich. Hier war ja nichts Besonderes. Da unten sollen wir nicht lang. Ruhe. Da hätte nichts drin gesollen. Jetzt muss ich ein bisschen aufstoßen. Ist das vielleicht was? Soll ich? Nein. Wir sagen einfach, da unten ist nichts. Entschuldigung. Los, 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 Lera. Lauf. Nach Munizium. Da ist noch eine. Die ist dahinter. Ist sie tot? Keine Ahnung. Ausweiter, wir wissen, dass du da bist. Du hast keinen Ausweg. So, ganz ruhig. Verdammt. 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 Das ist doch... Mann. Ich hasse es. Zielen unter Druck, das kann ich... gar nicht. Nein, du wirst keinen Bogen abfeuern. Geht das? Nein. Mann! Ricksack. Jetzt aber. Ei, 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 ei. Das ist ein Aumet. Hat so ein bisschen was von Far Cry? Entschuldigung, dass oben noch immer das Banner von meinem Aufnahmeprogramm ist. Aber jetzt wisst ihr auch, was ich benutze. Ein sehr gutes Aufnahmeprogramm. Mag ich sehr. Ja, also eigentlich wäre das Banner schon weg, aber... Ich war zu blöd, meine E-Mail-Adresse einzugeben und so habe ich 30 Euro umsonst ausgegeben. Und das Ende vom Lied... Ich muss mir das Spiel... Äh, die Software hier irgendwann nochmal gucken. So, hier waren wir das letzte Mal, wenn ich mich recht entsinne. Deswegen ist die heutige Folge auch ein bisschen länger als geplant. Ah, wunderbar. Da habe ich nichts da und dann habe ich da. Ja, gut und dann... Ja, das ist... Kreuschloser Killer. Benutzen sie den Bogen, um Gegner einfach bloß auszuschalten. Versuchen wir. Insgesucht. Zack. Jawohl. Insgesucht. Hallo. So, ausbeuten. Und dann, hopp. Hopp. Da haben wir noch Munition. Oh. Ich glaube, da hätte ich nicht langlaufen sollen. Uups. Scheiße. Nochmal. Halt! Mitnehmen. So. Ja, klar. Natürlich. Warum laufe ich auch nicht hier damit? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dann gehen wir da um die Ecke und dann gehen wir da hoch. Nummer zwei, Nummer drei, Nummer vier. So. Was war's denn? Wieder ein Kranker? Nein. Sah eher aus wie... Du nervst. Ich brauche Hilfe! Was ist da unten los? Alles in Ordnung? Hältet sie! Ah! Durchs Auge! Entschuldigung! Krass! Oder? Wo ist der Fall? Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Dann haben wir Bergungsgut. Und dann geht's automatisch ran. Nein. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich hab hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was wäre da? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Natürlich war das leicht. Das war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Ross. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. So. Schaden. Zack. So. Nehmen mit. Oh. Voll. Was? So. Denk mal, wir gehen mal da runter. Da haben wir bestimmt noch was. Hopp. Tatsache. Schauen. Ne mit. Komplätze Karte. Ballonsort ansehen. Tabulator. Ah. Da ist was. Geocage haben wir da. Da haben wir auch einen Geocage. Relikt und so weiter. Dann gehen wir da nochmal lang. Kann ich mir den irgendwie... Ah. Wirkung setzen. Wunderbar. Hier brauchen wir ne Fackel. Haben wir hier irgendwo... Fackel, 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 Fackel. Nicht. Okay, dann gehen wir hier raus. Was soll's. So, den Punkt. Äh, nein. Überlebensinstinkt war cool, ne? Da oben. Zack. So, da drin sagst du. Natürlich, die Wand hätte ich auch sehen müssen. Man muss einfach mal hingucken. Dann sieht man so viel hier in den Games. Siehste. Da. Nimm mit. Nimm mit. Nimm mit. Wollte jemand, dass es gefunden wird? Ach, schau an. Da haben wir auch noch was. Pfeile brauchen wir nicht. Wunderbar. Dann geht's weiter. Stab. Tabulator. Ne, hier haben wir auch noch... Ah, ne. Das haben wir ja... Da haben wir das gefunden. Da ist ein Lager. Und dann gucken wir mal... Ja, genau. Dann gehen wir da als nächstes hin. Na. Falsche Taste. Ja, genau. Halt. Wo ist das Lager? Da. So, ausruhen. Dann ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Das bedeutet, dass ich wirklich hier bin. Dass alles wirklich Ruhe. Nein. Denk nicht darüber nach, Laura. Nicht jetzt. Es hilft ihm. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Auflieg sind alle mich. Sie müssen. Sie müssen. Ich weiß nicht, was dem Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Roth einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Ja, Laura, ich will dich ja nicht enttäuschen. Aber du glaubst doch ernsthaft nicht, dass die anderen okay sind. Halt sie auf, gelangene Bogenschüsse. Doppelt so lang. Nimm mit. Keine Ahnung, ob das Gehen jetzt richtig war. Ich mach's einfach mal. So, Ausrüstung. Werbungsgut 113. Verstärkter Wurfarm. Gebt bitte sehen. Ja, nimm mit. Können wir was verbessern. Beides zu viel. Was sagt die Handfeuerwaffe? Harmonie. Nein, nein, nein. Das könnte... Gut, dann nicht. 2 von 10 Laras Blatt Tagebücher. Die können wir auch am Ende des Games nur irgendwann mal lese. Normalerweise wäre jetzt Folgenschluss, aber ich hab... Ich hab ja gesagt... So, nimm mit. Nix. Vielleicht gibt's da eine kleine, ja? Nein, Vater mit 3 ist, erledigt das selbst. Wir sollen uns raus. Hilfe, schnell! Verdammt. Ah, Drecksack. Der war einfach abgedrückt. Jetzt glaubst du aber selber nicht. Hä? Da vorne war ich doch schon drin. Ah, ne. War ich noch nicht. Ups. So, wo geht's da... Rein. Von hier unten nicht. Ich denke mal von oben. Dann gehen wir nochmal von oben rein. Ups. War ich nicht. So. Nimm mit. So. Nimm mit. So. Tabulator. Hier ist gar nichts. Oh, toll. Nehmen wir... Tun wir das mal und sitzen. Da kommen wir als erstes vorbei. Ah, hier lang. Ja. Äh. Hä? Bin grad überfordert. Moment. Hier geht's auch noch an. Alles abgucken bei der Games. Kennen wir ja. Na, lauf da lang. Siehste. Ja. Komm schon. Ja. So. Nimm mit. Nichts. Gut. Dann gibt's nichts zu mitnehmen. Komm noch rein. Moment, nein. Sehr dunkel. Wie flimmert's hier so? Wenn ich laufe. Entweder ist das der Herzschlag von Lara oder es sind Grafikfehler, die meine Grafikkarte produziert. Oder berechnet. So. Hopp. Vorsichtig. Keine Schnittwunden holen. Ich bin nicht hier. Äh. Oh, fuck. Oh, fuck. Lautloser Cleo drücken sie, ey. Ach, geil. So, da sind wir gekonnt vorbeigelaufen Scheiße Ich guck nochmal, ob ich nochmal zurückkomme Weil das würde ich schon gerne mitnehmen Weil wir schon die Möglichkeit haben dahin Ne Alter Mist Ich glaub kaum, dass wir da noch hinkommen Ich glaube, es wäre schlau Erstmal ihn auszuschalten Dann Ihn Und dann ihn Verdammt Uah Ah, du Drecksack So Nachladen Wuh Wunderbar So Den rauben wir noch raus Den rauben wir auch noch raus So Und an die Seilrutsche Wunderbar Halt Halt, können wir Kommen wir, können wir, können wir, können wir Ah Ja Ja Doch Da kommen wir doch noch hin Wunderbar Ich hab schon gedacht Ah Halt Das müssen wir, könnten wir auch noch abfackeln Aber ich mache dann mal Folgenschluss Die Überfolge ist Ende 20 Minuten Das reicht Ah Da ist noch Beergensgut Ja Und dann Ja Sehen wir uns halt in der Folge 7 So Hallo nochmal Und äh Ja Danke, dass du dir das Video angeguckt hast Ich hoffe es hat dir gefallen Kritik und so weiter immer erwünscht Jetzt hast du folgende Möglichkeiten Du klick auf YouTube Und du kommst auf meinen YouTube-Channel Um dir weitere Videos anzugucken Oder auf Twitter Dann kommst du halt auf meine Twitter-Seite Na und das gleiche auch mit Facebook Ja Auf Twitter wird auch noch jeden Tag eine Folge veröffentlicht Also es wird Es wird eine Meldung geben Das Video ist jetzt online Und äh Wenn du bei Twitter zufällig bist Kannst du auf Follow klicken Und dann Verpasst du auch kein einziges Video Wenn ich welche hochlade Oder halt ein Abo bei YouTube Dann verpasst du natürlich auch nichts Und bei Facebook Facebook ist zum größten Teil da Um einfach nur zu sagen Ja äh Hier sind wichtige Infos oder sowas Ne Ja Und halt rechts unten Profit So heiße ich Nicht verwechseln Na also dann Wir sehen uns beim nächsten Video Oder was auch immer Ciao Ciao